Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 29 Lasst euch nicht überreden, Leute. Was im Geschäft gut aussieht, kann auf der Straße ein echter Reinfall sein. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 102 Sei kein Seifenmuffel. Die Leute werden es merken. Du stinkst! Andererseits, nimm Hygiene nicht zu ernst. Du brauchst deine Nase nicht zu staubsaugen. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 112 Spucken und Niesen sind nie schön anzusehen. Aber wenn es unbedingt sein muss, sei diskret und es wird niemand bemerken. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 106 Haben wir einen hässlichen Tag? Ein Pümpel ist keine Lösung. Versuch es mit einer Gesichtsmaske. Grün ist die Trendfarbe nächsten Sommer. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 96 Kreiere deinen eigenen Look. Niemals etwas kopieren. Sonst siehst du noch aus wie ein Blödel, der als Mettwurst verkleidet ist. Ach so. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 43 Okay Mädchen und jetzt Schütze deine Haut gegen die UV-Strahlung der Blitzlichter. Am besten mit einem Ganzkörperanzug. Der rettet den Tag. Auch wenn es mal etwas heißer wird als gedacht. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 5 Die Wahl der richtigen Hautcreme wirkt Wunder. Besonders gut eignen sich Produkte aus einer Mischung von Kameldung und Bechamelsoße. Und ein Auserwählter wird vor Freude förmlich explodieren. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 51 Suche dir ein interessantes Hobby. Wie zum Beispiel Zubereitung von Sushi. Leichte Friseurtätigkeiten. Feuerwerkerei. Denn wahre Schönheit kommt von innen. Also ich verstehe überhaupt nicht, wovon ihr da redet. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Powerpuffy Schönheitstipp Nummer 58 Sei immer auf der Suche nach den neuesten Trends. So wirst du die Frisur für deinen Typ finden. Und auch das Parfum, das am besten zu dir passt. Präsentiert von Cartoon Network. Weil du es willst. Angebot ist nicht du lustig. Applaus ist nicht du lustig. PlayStationatif sind hier drin.